Hallo Leute, heute beim Ein-Minuten-Star Julia Biedermann. Hallo Julia. Hallo Julia. Wie geht's dir? Ach prima, ich sitze ja mit dir im Café, also Kaffee und Kuchen. Genau, viele kennen ja Julia noch von früher, von nicht heiratet in einer Familie. Welche Rolle warst du denn da? Ich war die zickige Tochter Tanja und es gibt so manchen, die sich noch daran erinnern. Ich auch. Und jetzt machst du aber auch Synchron. Was machst du denn da zum Beispiel? Also ich spreche zum Beispiel Jennifer Bielts in Book of Boba Fett, aber ich spreche vor allem sehr viele Richterinnen, Anwälte, Staatsanwältinnen, rauf und runter die Justiz, aber eben auch ganz andere Sachen. Und es macht mir viel, viel Freude wieder hier zu sein in Berlin. Du warst ja weglange, ne? Ja, ich war in Amerika und in Irland und habe meinen Beruf wiederentdeckt, spiel Theater und habe gerade gedreht, ein Krimi, Letzte Spur Berlin. Das läuft dann im April im ZDF. Ja Leute, da haben wir wieder mal jemand ganz Besonderes, für alle, die sich früher noch an Fernsehen erinnern, ich erinnere deine Familie. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.